Es ist ein Erfolg für die sogenannten Dreamer in den USA und eine Niederlage für die Einwanderungspolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Denn der oberste Gerichtshof der USA hat mit 5 zu 4 Stimmen entschieden, dass Dreamer, also Kinder von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis, weiterhin in den USA bleiben dürfen. Das Programm wurde von Amtsvorgänger Barack Obama ins Leben gerufen und betrifft rund 650.000 Personen. Trump wollte dieses Programm beenden und nun kritisiert er die Entscheidung der Supreme Court in einer Nachricht auf Twitter als furchtbar und politisch.